ja hallo und herzlich willkommen zu silly spielt the forest und ich habe ja schon mal was gegessen und habe mal das kaninchen hier aufgehängt also hier kann man was von essen das war jetzt ja gerade fertig also bevor wir hier verhungern bevor ich hier bis ich das video starte habe ich halt schon mal was gegessen ja da könnte man jetzt den auch noch essen aber da ist alles voll also machen wir es mal nicht ja letzte folge haben wir auch diesen lockholder gebaut den man hier schön bewegen kann wie kannst du irgendwo dagegen fahren ok so ist er doch langsamer als so rum oder es gibt sich nicht viel naja der folge würde ich jetzt gerne mal fallen bauen wie immer drücke ich die falsche taste nämlich traps aber eigentlich erstmal fürs kaninchen erstmal eine kaninchenfalle hin basteln aber auf jeden fall mal dahin wo es auch kaninchen gibt mal gucken vielleicht fangen wir auch was anderes hier durch das wasser durch so hier waren vorhin kaninchen oder das letzte mal immer das eine gefangen na ist gerade alles so hell wo war es da rabbit trap wo komm jetzt bitte schön diese baumstämme her kurios ok tja ja ja ein wizard dann noch ein paar stöcke sammeln da ist noch eine dann nehmen wir auch gleich mit rüstung ist zwar voll aber trotzdem wenn man soll nicht alle killen weil die sollen sich ja noch vermehren können wenn man alle killt dann natürlich können sie sich dann nicht mehr vermehren da gibt es auch keine tiere mehr also da musst du schon aufpassen na bleib stehen na geht doch eigentlich müsste man ja auch irgendwie mal so das lede oder so von denen die haut da von denen gelben können oder so müsste noch kommen weil sie ist ja denen das fell ab das ganze sie ja auch nicht essen aber noch ein kaninchen und die bleiben immer schön stehen wenn ich komm so noch ein paar stöcke damit wir die fertig bauen können welche finden natürlich brauchen wir denn drei von 26 wo braucht ganz schön viel müssen wir noch ein paar mal loslaufen ist vier das kann ein bisschen dauern dennoch ja hier dann das fahren zu überspringen ist blöd weil kannst du ja nicht unendlich stacken ist ja ob es so geht es hier da kannst du ja mal sagen ach ich fahre jetzt nur in der folge weil da kannst du ja gerade noch dein inventar gibt es sind so endlich was du tragen kannst auch zehn stück mehr geht nicht ich habe gerade was geschrien vielleicht habe ich mir auch eine eingebildet so mal schnell zurück 15 von 31 fehlen nach 16 gedacht er schleppte ein stick weg dabei war das so ein kleger an seinen schwanz das glaubt man hier wieder gegen das licht sieht man aber nix da ist was das leben vermähre dich dass ich noch mehr von dir als nahrungsquelle dienen kann da sind aber so viele so schnell sterben die nicht aus glaube ich frage mich aber auch was so ein wizard da an die falle geht da ist das kleine lager der kannibalen da ist glaube ich nix mehr oder ne da stein da leuchtet was acht neun zehn jo mehr ist wieder nicht hm ja diese lichtreflexion hier ist schon ein bisschen nervig man sieht es mal was man sieht es mal was nicht naja es ist wie es ist stick ah im wasser sind auch Wälde da liegt die Axt weggeschmissen sah gerade fast so aus seh nix sonne sonne blendet da ist was oh sechs von sechs jawohl gehen wir gleich runter die kaninchen wieder lang laufen jo die hasenfalle ist fertig kann man jetzt selbst auch auslösen eigentlich ne scheinbar nicht jetzt bauen wir dann noch einen hasenkäfig dass falls wir welche fangen sind in den käfig setzen können so die schnell mit dafür brauchen wir jetzt ist es zugefallen ist jetzt was drin ich seh nix ja ich seh nix oh ja ein hase ist drin ja toll jetzt habe ich noch keinen käfig gebaut ja toll jetzt habe ich noch keinen käfig gebaut hm na komm wenn wir den jetzt wieder fallen lassen rabbit na ok der ist dann vor schreck gestorben ne also scheinbar funktioniert vielleicht hätte man das mal drin lassen sollen die hätte ja noch was zu fressen gehabt muss man die eigentlich füttern muss man eine andere sagen wenn ich die dann in dem käfig hab na gut die fressen vielleicht das gras müssen den käfig öfters mal versetzen so der kaninchenkäfig dass sie noch nicht so ganz so kalt wird setzen wir vielleicht mal da her rabbit cage ja nicht da oben ist ja voll groß so 3 10 jo 10 also einmal voll machen bitte da sind welche da leuchtet's 4 na jetzt läuft's mal jetzt liegen ja immer welche rum eine noch jawoll so der ist fertig wollen wir hier mal einen essen jo ähm Inventar hängen wir mal mit der paar hin mal gucken wir wie viel wir hinhängen können eigentlich jo also Fleisch haben wir definitiv genug würde ich mal behaupten verhungern tun wir schon nicht mehr so ah tun wir so alle hinhängen komm das ist mir aus wie ein festmacher hier gibt's auch waschbären ich hoffe mal dass die waschbären hier nicht mein zeug weg fressen mehr weh ist es nicht mehr weh ist es nicht oh es wird langsam dunkel dann gucken wir mal kurz nach unsere äh ne komm wir bauen hier mal so eine flag ohja so ein standing fire hin jo einer noch den haben wir doch gleich jawohl ja wenn wir ein bisschen licht haben so gucken wir mal kurz nach unserer kaninchenfalle ist auch die kaninchenfalle ist auch die kaninchenfalle wo sind die überhaupt ach da ok ist noch kein kaninchen drin ja den nimmt er mit hey durch nochmal den wieder in die lockhole her schmeißen wo sind das teil da ach scheinbar hatte ich die aus dem lockhole da mitgenommen verständlich sind sie da drin auf meine schulter da unten aufgetaucht hm komisch ein bisschen was einsammeln ja da haben wir eigentlich in der folge nur für die kaninchen gebaut kaninchenfalle und kaninchenkäfig ja gut was willst du auch so in 10 minuten viertelstunde machen ne so haben wir alles da noch ein paar steine ja haben wir auch alles voll ja gut unser lager nimmt schon mal gestalt an haben wir eigentlich schon was gefunden was wir einpflanzen können sieht nicht so aus dann gehen wir mal hoch wow irgendwie landen wir hier irgendwie mal komisch man kann scheinbar von hier hinten auch speichern deswegen ich hatte für ihn letztens äh hatte ich dann c gedrückt weil ich gedacht hatte ich könnte mich da ducken dabei habe ich die ganze zeit gespeichert naja gut jo dann legen wir uns mal schlafen es wird schon wieder hell so und mit dieser mit dieser aussicht würde ich mal sagen tschüss und bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt zielspiel wollte schon sagen bis auf brain nee the forest the forest die dritte folge mal gucken wie viele folgen ich mach oder auf jeden fall wollte ich alles mal bauen auf jeden fall mal alles mal bauen dass man alles mal gesehen hat jo dann gleich mal tschüss bis zum nächsten mal